Hallo, 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 hier ist ein neuer Sportvlog, selbstverständlich, heute aus meinem Trainingskeller und ich werde in meinem Trainingskeller heute wieder Workout betreiben, ein bisschen am Boxsack machen und andere Dinge, die ich euch gleich nach dem Intro zeige. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Am Ende noch mal ein bisschen Medizinball gegen die Wand gekloppt. Zwischendurch viel mit dem Boxsack gemacht. War gut. Ich bin fertig für heute. Hab jetzt 45 Minuten gemacht. Reicht. Also, könnt ihr nachmachen. Oder könnt es lassen. Ist mir gerade scheißegal. Also, bis zum nächsten Mal. Also, bis zum nächsten Sportvlog. Cheerio, Miss Sophie.